Ich brauchte eine Zahnversorgung und ich hatte mich in Deutschland erkundigt und das war viel zu teuer und viel zu langwierig. Ich brauchte etwas, wo ich in kurzer Zeit wieder eine gute Situation mit den Zähnen bekommen habe. Und dann habe ich im Internet recherchiert. Dann habe ich Bulgarien und Dr. Schimlajova entdeckt. Und irgendwie hatte ich sofort das Vertrauen und ich wusste, das ist professionell. Und dann habe ich mich einfach entschieden, das ist bestimmt der Beste. Und später habe ich gehört, dass das wirklich auch wirklich die Beste in Europa ist. Und als ich hier kam, war es ganz klar, das war die beste Wahl. Wenn die Zähne nicht stimmen, dann hat man immer eine gewisse Unsicherheit, eine Schwäche. Man fühlt sich, man ist dauernd damit irgendwie beschäftigt und das ist jetzt alles weg. Und das heißt, es ist wie wenn man jung ist, wie der ganzen Kraft. Ich weiß, dass Menschen Angst haben und ich wollte ihnen die Angst nehmen. Und in meinem persönlichen Kreis spreche ich dann darüber und sage, ihr braucht gar keine Angst zu haben, weil das ist alles organisiert. Ihr werdet vom Flughafen abgeholt und wieder zum Flughafen gebracht, der erste Weg zur Klinik. Und ich spreche dann mit den Leuten und ich sage, es ist die effektivste Lösung am wenigsten Zeit und auch am wenigsten Geld für dieses wunderbare Ergebnis. In dem Moment, als ich die Versorgung oben bekommen habe, die herausnehmbare und ich dann abends mit Freunden hier essen gegangen bin und ich wieder zubeißen konnte. Ich konnte vorher nicht mehr richtig beißen. Und als ich dann wieder richtig zubeißen konnte, oh mein Gott, wie toll ist das. Und jetzt natürlich, das ist das Oberhighlight. Der feste, das ist wie besser als eigene Zähne. Der feste, das ist wie besser als eigene Zähne.